Heute Videodreh, wir sind hier in Wuppertal, Wicked Woods heißt die Halle, guck mal, schön. Die Leute brechen sich gleich alle Beine, weil die ganze Crew schon auf dem Skateboard stehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde, wir müssen gleich mal ein Verbot ausmachen. Christian, ja, ich vermisse dich immer, Alter. Hallo! Hiiii! Christian, ich muss meinen Schuh weitermachen wahrscheinlich. Carmi meckert mit mir. Er ist orange. Er ist so orange. Kannst du noch was Bekanntes machen? Ja. Wir sehen uns immer an der Halfpipe, gleich in den Word wieder rein, kerben rein und dann bist du immer in den Grind noch. Richtig rein droppen, ne? Das ist mein neues Blind Deck mit meinen Venture Achsen, das ist mega krass. Das Grip Tape, das habe ich jetzt so transparent. Das ist auf jeden Fall auch von California, die Wheels in 59A mit den Abic 5. Abic 5, auf jeden Fall. Abic, ich mag es immer, wenn man rein slidet, dass der Attack einfach ein bisschen krasser ist. Und ich bin mega gespannt, das ist hier eine Curb Verb, die ich noch nie gedroppt habe. Ne, nicht 8 Zoll hier, das sind die 35mm auf 180. Mit, ich weiß nicht, damals habe ich immer 100A gefahren, aber ich fahre jetzt nur noch 80A, weil ich einfach brauche mehr Grip an der Curb rum. Das Schlimme ist, die Hälfte davon war die Wahrheit. Hey, es ist Conker Divide hier. Wir sind auf dem Set des Fuckboy-Musik-Video. Wir kamen all the way to Germany, nur für das. Wir sind so excited für das. So make sure you check it out. Exciting! Ja! Ja! Exciting! Are you excited? A little bit? Ja, good! Should be! Pascal, ist das Nico's Skateboard? Er haut jetzt einen raus. Pass auf! Pass auf! You are my body, the one desire believe, when I say I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanted to say I want it that way. Oh my god! Wooo! 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 Uh, yeah, when I first found out we were going to be doing a song with Electric Hallboy, I was really excited, because all their stuff is awesome. And then I also was like, I hope we get to go to Germany. And now... Here we are! We didn't know the girls, we just did a video call. We heard what they did and thought it was so cool. Because the voice and the... Sometimes it's difficult when you do music. You always have your bubble. And the way you make the video melodies. And they made it completely different. And also new for us. And that's why we were all very excited when the first version came. And now we got to know them. And they are still really cool on them. Also, we have the same humor. That's just... We really appreciate the tour. And the whole work. So, so cooperation could also go really well. That's me too. But... That's just completely natural. You don't have to understand. You can just do shit like always. And there is just a band more. And that's insane. That's insane. That's just a really unusual real tour from me. But it's really just a lot of work. And I really like the tour. Because I need you to stay. Yeah. I want you so bad. Do you have any words for the video? Yeah. If all the people who are here today were, thank you. Thank you. Also, I think that was a really cool group here. It's been great. It's been great. It's been great. Mega engagiert. Alle Bock. Danke an die ganzen Leute, die hier mit ihren fetten Tricks irgendwie am Start gekommen sind. Danke an die ganze Make-Up-Tour, an alle Leute, die geholfen haben. Danke an dich, Pascal. Weil du die Kamera so toll hältst auch gerade. Äh... Ja, und äh... Ja, was soll ich noch sagen, Alter? War ein geiler Dreh. Hab Bock gemacht. Jaguar... Hab Bock gemacht. O bileла ... Ich habe Allison anger%, Ich habe die verschiedenen Hinden! Ich habe die P�chen angeswere. Ich seididig. Ich возмge hin. Ich habe immer meine P�chen восemannet. Ich habejar für soственliche Hinden. Ich habe verschiedene Anhörsen Kinderاد. Ich bin selber immer noch für Wartner dont ich mich sein. Ich würde VERhaber니. Vielen Dank.